Europa meint es ernst mit dem Rückhalt für die Ukraine. Das soll das Signal sein, das heute von dem überraschenden Besuch ausgeht. Die Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien wollen mit Präsident Selenskyj sprechen. Nicht per Videoschalte, sondern direkt in Kiew, also im Kriegsgebiet. Das Vorgehen sei mit der Europäischen Union abgesprochen, sagen die Beteiligten. Eine gefährliche Reise in ein Land, in dem auch die Hauptstadt Kiew jeden Tag unter Beschuss steht. Dass aus diesem Haus in Kiew Menschen gerettet werden können, grenzt an ein Wunder. Doch nicht alle schaffen es aus dem 16-stöckigen Gebäude. Die Leute sterben. Doch das Schlimmste ist, dass Kinder sterben. Das ist das Schlimmste. Sie haben ihr Leben noch nicht gelebt und sie mussten das hier ansehen. In den Morgenstunden werden auch Wohnblocks in anderen Stadtteilen Kiews angegriffen. Menschen müssen in Sicherheit gebracht werden. Die Stadt reagiert. Der Bürgermeister verkündet eine 35-stündige Ausgangssperre ab dem Abend. Es ist verboten, sich ohne spezielle Ausweise in der Stadt zu bewegen. Sie können nur raus, um einen Schutzraum aufzusuchen. Die Ausgangssperre wird bis zum 17. März um 7 Uhr morgens gelten. Ich bitte daher alle Kiewer Bürger, sich darauf einzustellen, dass sie zwei Tage lang zu Hause oder im Falle eines Alarms in einem Schutzraum bleiben müssen. Trotz der russischen Angriffe vor allem auf die großen ukrainischen Städte setzen Moskau und Kiew die am Montag unterbrochene vierte Runde der Gespräche fort, ohne Öffentlichkeit. Und inmitten der Raketeneinschläge reisen drei EU-Regierungschefs mit dem Zug nach Kiew. Tschechiens Ministerpräsident schrieb auf Facebook, er wolle mit seinen Amtskollegen aus Polen und Slowenien der Ukraine die Unterstützung der Europäischen Union zusichern. Die Delegation vertritt de facto die Europäische Union. Dieser Besuch ist seit Wochen geplant und wurde geheim gehalten. Eines der Anliegen der drei Regierungschefs, humanitäre Hilfe. Die kommt schwer durch zu den umkämpften Städten. Doch einen Lichtblick gibt es am Dienstag. Rund 2000 Autos konnten bis zum Mittag die eingekesselte Hafenstadt Mariupol verlassen. Über die politische Lage können wir sprechen mit Miriam Kosmehl von der Bertelsmann Stiftung. Sie ist Osteuropa-Expertin, publiziert regelmäßig über die Ukraine. Frau Kosmehl, schauen wir zunächst auf die Reise der Regierungschefs aus Polen, Tschechien und Slowenien, die in Kiew präsent sein wollen. Als wie außergewöhnlich bewerten Sie das? Ich bewerte diese Reise als sehr außergewöhnlich. Einfach aufgrund dieser brandgefährlichen Situation, die Sie ja gerade in Ihrer Reportage, in Ihrem Bericht auch dargelegt haben. Zuletzt heute Morgen Lufteinschläge mit Getöteten. Insofern ist das gleichwohl eine aus meiner Sicht wichtige und richtige Solidaritätsbekundung, auch angesichts der Vorgeschichte, dass sich ja viel oder fast das gesamte internationale Personal angesichts der sich anbahnenden, zugespitzt habenden Situation zurückgezogen hat und damit eben auch die eigene Hilflosigkeit offenbart hat. Also dass jetzt in dieser Situation die Ministerpräsidenten tatsächlich fahren, ist eine aus meiner Sicht besondere Solidaritätsbekundung. Ist es vielleicht zu viel guter Wille und zu großes Risiko? Man stellt sich nur mal ganz kurz, theoretisch zumindest, vor. Denen passiert da was? Wie soll sich die EU dann verhalten? Ich denke, es ist einfach wichtig zu begreifen, dass das kein Krieg ist, der nur die Ukraine betrifft, auch jetzt schon. Sondern dass das ein Krieg ist, der uns alle betrifft, der Europa betrifft. Und dass Europa sich sowieso schon in der Situation befindet, sich neue Gedanken über die eigene Verteidigung machen zu müssen. Sie haben ja in den vergangenen Jahren unter verschiedenen Aspekten gerade auf die Ukraine geguckt. Unternehmertum, politische Reformen. Haben Sie eigentlich erwartet, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer so entschieden gegen die russischen Invasoren stellen? Ich habe daran gezweifelt, dass es Russland in der Ukraine mit seinen Plänen leicht haben würde. Und ich war mir sicher, dass sich die Ukraine nicht so leicht in einen Vasallenstaat verwandeln würde. Also vergleichsweise leicht, wie es mit Russland und Belarus gelaufen ist. Dass sich jetzt tatsächlich so viele so schnell entscheiden würden, zu den Waffen zu greifen, auch mit ihrer Stadt, ihrer jeweiligen Stadt zu verteidigen, zu bleiben. Mit dieser Vehemenz habe ich nicht gerechnet. Ich denke dabei auch an diese, ja wirklich sehr eindrucksvollen Bilder von Menschen in bereits besetzten Städten, die Panzern gegenüber treten, die russischen Soldaten gegenüber treten, die diese, die bewaffnet sind, ansprechen und sagen, ihr seid hier nicht gewünscht. Wisst ihr, wo ihr seid? Warum seid ihr in unserem Land? Geht zurück. Das ist ein besonderes Ausmaß an zivilem Widerstand, auch an militärischem Widerstand von Menschen, die zum Teil bisher nie eine Waffe in der Hand hatten. Das ist sehr besonders. Ihr Thema ist ja auch die europäische Nachbarschaft, politisch gesehen. Was verändert sich da aus Ihrer Sicht gerade? Da verändert sich gerade alles. Das Wort Zeitenwende, das benutzt worden ist und immer wieder fällt, ist aus meiner Sicht wohl gewählt. Ich bin mir nicht sicher, ob das tatsächlich schon im Bewusstsein bei allen so angekommen ist. Ich glaube, dass die alten Mechanismen, EU-Nachbarschaftspolitik, EU-Beitritt, dass das alles komplett neu gedacht werden muss. Ich habe eben schon angedeutet, es geht hier nicht nur um diesen Krieg gegen die Ukraine. Die Ukraine trägt nur die Hauptlast. Aber wir alle sind herausgefordert, tatsächlich jetzt auch Europa, das System der liberalen Demokratie, in dem wir ja weiterleben möchten, zu verteidigen. Denn das, was wir da jetzt in der Ukraine sehen, ist ja auch ein Herrschaftsmuster, nämlich mit Terror zu operieren und auf diese Art und Weise Gesellschaften zu kontrollieren. Das ist ja etwas, wogegen sich die Ukrainer jetzt eben auch wehren. Und es ist aber nicht auf die Ukraine beschränkt, sondern es ist etwas, das uns eigentlich seit den Tschetschenienkriegen klar ist, dass es das gibt, dass es sich verbreitet. Und da müssen wir jetzt komplett neu denken, wie wir uns aufstellen. Sagt Miriam Kosmil von der Bertelsmann Stiftung. Herzlichen Dank, dass Sie mit uns Ihre Gedanken geteilt haben. Bitte schön.